Oh klick 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 scheiße was ich habe nur um 27 punkte bracht That's ridiculous Die liegen 1 Pfund Bananen und ein paar Bohnen vielleicht noch ein paar Orangen I'm gonna have some melons Dumb da dum da dum da dum da 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 Fuck Okay Onkel, Onkel das war bitter Ich habe gespreadet und hab dir doch tatsächlich nen header gegeben gerade eben Ich hab's genau gesehen das war nen header Oh da hinten Und er hockt in der dunklen Tür Diese Schwarte, diese kleine Fuck 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 Noch 4 Oh kein Problem Oh oh Ähm, I have pretty angst right now Fuck 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 Oh Gott schaff ich nicht mehr Hoffentlich wartet er hier auf mich und ich kann ihn ficken Was noch einer Nein Scheiße Es war noch einer dabei Es war noch einer dabei und ich habe meine verkackte Meine verkackte Ding leer geballert Was? Was ist do los? Mann, Mann, Mann Ja, von hinten Von vorne überall mich juckt es gerade Überall Scheiße Ey, diese Sackraten des Todes greifen mich hier gerade an Also im Bad. Okay, das hätte ich jetzt komisch an. Moment mal, das nehme ich zurück. Halt, stopp. Ah! Was? Fuck, ich darf nur so laut schreien. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Jetzt mal im Ernst. Diese Pissbacken kommen angerusht, geht weg. Aber es kann auch gar nicht sein, dass die hier so schlecht sind. Genau, macht mal was draus. Wenn die Terrors so angerusht kommen, kann man die Runde nur gewinnen eigentlich. Geil, geil! Scheiße! Ich hätte einfach warten müssen, alle, wenn reinkommen. Boom, 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 Headshot 30 kills. Ich wäre der Sieger der Runde gewesen. Und alle hätten gesagt, wow, Kinder. Du, siehst aber hübscher aus. So, und jetzt, jetzt fick ich sie. Oh Gott, nee, ich fick sie nicht. Vor allem, wenn die hinten lang kommen. Fuck! Klick, klick! Gott, ey, bin ich gerade aufgedreht. Ja, es läuft doch, es läuft ja. Na, habt ihr gesehen, wie ich einen Vorstoß gemacht habe? Ein Spieler kann einiges ausrichten, wenn er denn trifft. Ludicrous-Kill. Der Killer hat gar nicht mehr auf, so gut ist der. Oh, klick, klick, klick! Scheiße, was? Okay, gut, okay, okay, ne? Dieser Rage, äh, der Rage hat mich drückt, weil ich hab natürlich, ich hab so viele Schuss abgefeuert. Klar, dass hier irgendwann leer ist, diese Waffe. Scheiße, nichts mehr im Glas. Was ist schlimmer? Scheiße, nichts mehr im Glas oder Scheiße im Glas? Jetzt sei wieder gut mit euch. Am I fucking ... Oh, 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 oh. Nutz die Kunst der Stunde, deine Mutter ist in aller Munde. Moment mal, was hat deine Mutter im Mund? Hey, Hunde, was? Ähm, hallo? Wow! Es ist so krass. 21,9, was hatte ich vorhin? 100 zu 1? Wie bin ich jetzt so schlecht geworden? Keiche. So, lasst mich mal durch, lasst mal den Papi durch, komm mal her. Ja, äh, Soluko, Sudoku. Oh shit, let's go home, boys. Scheiße, die schießen ja zurück, die Feinde. Ich will nicht mehr. Oh fuck, meine Pizza fackelt ab. Ihr beschützt mich kurz. Nee, fuck. Hallo, Boys. Wow, krass, meine Pizza, Moment. Lalalalalala, ich scheiß mal in die Buchs, ha, 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 ha. Ich höre doch da zwei schreiende Leute, die Hilfe brauchen. Fuck, ich mach Hilfe. Nächste Runde wird grandios, denn ich werde jemandem in den eines, eines schreien. Und zwar dieser Melone hier. So, da ist aber noch einer mit einer P90 in der Tür. So. Krass, da pippelt mich die Scout weg. Na, 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 na. Sag mal, was schreiben die denn da? Ach, Dieter Bona, was machst du denn da? Bönchen. Yo, mein Name ist Bona, ich bin ein Holländer. Bönchen, die ist der da, kein... What? Bona. Guckt ihr das angeblich an. Wie er rumläuft, ganz angeblich. Ich glaub, den gibt's gar nicht. Angeblicherweise ist er gerne scheiße. Auf eine besondere Weise. Mit einiger... Mit... Ja, ha, 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 ha. Wie ich abgehe, Alter, wie ich abgehe, Junge. Manche bin ich vergut und so auf einmal. Und dann wieder nennt. Tja. Wenn Fatih Killer lebt, gibt's keine Camperrunde. Huff, huff, huff. Na, 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 na. Killer wurde gerade eben ein bisschen angefistet. Bitte, Vorsicht. Bei der Hutwahl. Was? Zehn, bitte? So, zwei Leben. Ich hab hier 100 Brom-Spawn, ne? Geht ihr mal vor, okay? Ich hab die Geiseln. Da sind sie. Gras von rechts! Ich fass es nicht! Habt ihr das gesehen? Ich hab den einen voll erwartet. Das wäre ein Heller geworden. Ins Knie. Okay. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Mitmachen. Nächstes Mal spielt mir was anderes Cooles. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.